Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Unterrad. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 54 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 690 €. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.